Was ist Reduktionismus? Wissen Sie, was Reduktionismus in der Psychologie ist? Nein, ich kenne diesen Begriff nicht. Können Sie ihn mir erklären? Reduktionismus ist die Idee, komplexe Phänomene in einfachere, grundlegendäre Komponenten zu zerlegen. Verstehe. Können Sie mir einige Beispiele dafür geben, wie Reduktionismus in der Psychologie angewendet wird? Sicher. Es gibt zwei Hauptarten von Reduktionismus in der Psychologie, biologischen und umweltbedingten. Okay. Können Sie mir mehr über biologischen Reduktionismus erzählen? Der biologische Reduktionismus versucht, Verhalten mithilfe biologischer Systeme, wie Genetik, Physiologie, Biochemie und sogar Evolution zu erklären. Das ist faszinierend. Können Sie mir ein Beispiel dafür geben, wie biologischer Reduktionismus angewendet wird? So wurde beispielsweise Schizophrenie mit einem Überschuss des Neurotransmitters Dopamin in Verbindung gebracht und Medikamente, die Dopamin blockieren, können die Symptome lindern. Verstehe. Und was ist mit umweltbedingtem Reduktionismus? Der umweltbedingte Reduktionismus ist mit dem behavioristischen Ansatz verbunden, der Verhalten anhand einfacher Reizreaktionsbeziehungen erklärt. Können Sie ein Beispiel für Umweltreduktionismus nennen? Natürlich ist die behavioristische Erklärung für Bindung, dass die Mutter als lohnendes Individuum angesehen wird, weil sie Nahrung bereitstellt, die Unbehagen lindert. Das ist das, was wir sehen, wie 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 wir sehen, wie